UNTERTITELUNG Er ist noch da drin Es ist zu spät Wir können nichts mehr tun Da ist noch was, was ich tun muss Alastair! Ich wusste, du würdest kommen, Frida Komm aus dem Schatten, verdammt! Du und ich Wir sind nicht so verschieden Ich tue, was ich muss Um mein Blut zu schützen Wir kämpfen nur Um unser Recht zu leben Das ist eine Lüge Vielleicht Vielleicht wirst du verstehen Eines Tages Ich weiß Ich werde nicht wissen So sollte es nicht enden Ich werde nicht 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 Oh mein Gott! Oh, 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 oh. ARD Text im Auftrag von Funk 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 Also soll ich geopfert werden? Wie viele müssen noch sterben, damit ewige Ruhe herrscht? Er ist mein Sohn. Ich kann sein Leben nicht beenden. Isabeau und der Rat dürfen die Wahrheit niemals erfahren, sonst sterben alle, die Ihnen teuer sind. Beden Sie mich nicht darum. Fortan sollen Sie mit keinem Ritter verbunden sein. Der Orden muss vereint bleiben. Sie sind keiner seiner Herolde mehr. Bringen Sie es zu Ende und verschwinden Sie! Solch ein Leben war nie für Menschen bestimmt. Es kommt der Tag, an dem uns unsere Last genommen wird, Bruder. Vielleicht ist das dann der wahre Frieden. Ich bin nicht mehr für Menschen. Ich bin nicht mehr für Menschen. Es ist nicht mehr für Menschen. Ich kann mich nicht mehr für Menschen. Wenn du siehst, gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020